Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, es geht weiter mit der Insane TNT Mod. Hey, du hast mich eben schon so angerempelt. Ja, was? Was sollte das? Und? Hä? Komm doch. Du, ich rempele, soll ich dich auch mal anrempeln? Guck mal hier. Guck mal, was da passiert. Sorry, tut mir leid. Leute, heute wird's wild. Zweiter Teil der Insane TNT Mod. Wir haben einen Sonnensturm TNT, aber was, glaube ich, viel heftiger ist, heute gibt's unfassbar viele Atombomben. Die Titan-Atombombe, Chungus-Nuke, Kraken-Nuke, die Ultra-Atombombe, ein Super-Sonnensturm, Buff-TNT, keine Ahnung, was es sein soll, und den Weltzerstörer. Okay, Jungs, ey, als erstes gibt's heute ein bisschen einen Sonnensturm, okay? Ha, wie denn ohne Feuerzeug? Ja, ja, okay, ja, ich weiß, ich hab, ich hab, ich hab, ey, brauch ich jetzt. Los. Doch, ich hab jetzt ein Feuerzeug. Hab ich vergessen. Dafür zünde ich das direkt neben dir. Was? Drei, zwei, eins, go! Oh, jetzt bin ich... Oh. Was? Oh nein, Jungs, da vorne, ein paar Villager haben überlebt. Jungs, geht's euch gut? Nein, es ist alles zerstört. Es tut mir so leid, was da vorne passiert ist. Vertraut mir, es wird nicht noch mal... Oh. Alter. Da... Er ist der Auserwählte. Er hat einfach alles überlebt. Krass. Meine Familie. Junge, hast du ein Glück. Schlimmer kann es nicht werden. Ähm, was hältst du von einer Titan-Atombombe? Nein, lass mich in Ruhe. Wie nein? Doch, du bist der Auserwählte. Du bist der Villager, der alles überleben wird. Nein. Du bist unverwundbar, vertrau mir. Quatsch nicht. Doch, du bist unverwundbar. Wie konntest du denn als Einziger das alles überleben? Nee, du musst jetzt nicht weglaufen. Guck mal hier, Titan-Uke. Drei, zwei, eins, go! Halt, ihr... Okay. Ja, er ist vielleicht doch nicht der Auserwählte, sondern dieses Schwein. Dieses Schwein ist unzerstörbar. Nein, wir gucken, wir wollen ja mit den Villager an. Villager, hallo, ist hier noch ein Dorf? Uhu. Oha, das sieht ja geil aus. Das ist so zur einen Hälfte... Jetzt mal, krass. Zur einen Hälfte im Dschungel-Biom und zur anderen Hälfte im Plains-Biom. Also, es sieht wirklich richtig schick aus. Es tut mir fast schon leid, das jetzt wegsprengen zu müssen. Weil wir haben jetzt die Chungus-Nuke. Ich muss sagen, ich weiß leider nicht, was ein Chungus ist. Das ist wieder dieser Hase. Bist du der Chungus? Ähm. Das war aber eine kleine Atombombe. Enttäuschend. Eine Krake? Oh, das stelle ich mir geil vor. Los, Kraken-Atombombe! Alter, das hört sich überhaupt nicht auf. Weil so ganz viele Arme hier so weiter rausgegangen sind. Das, weißt du, wie die Tentakel von so einer Krake... Oh, das hat aber alles zerfetzt. Vor allen Dingen... Oder war hier unten eine Höhle? Weil hier das ganze Wasser, es ging mega viel nach unten. Äh, ja, ich glaub, wir müssen das Dorf schon wieder wechseln. Wir haben wirklich hier alles weggesprengt. Dabei war das so schön. Ui! Hey, Leute! Hallo, Fremde. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Paluten. Ich bin YouTuber. Okay. Und wollt ihr mich hier beide abonnieren? Ja. Das wär super sweet. Ihr könnt auch mal auf paluten.shop vorbeischauen. Da gibt's geilen Scheiß. Ja, da gibt's meine Bücher und Mini-Paluten mit Autogrammkarte, ja. Krass. Du bist ja nett. Mein Guss meinte, du sprengst alle weg. Nein, ich werd euch nicht wegsprengen. Wirklich nicht. Und was ist dann das? Was? Das? Ach, das ist nur eine Ultra-Nuke. Alter, die sieht heftig aus, oder? Das ist vielleicht die ultimative Atombombe. Aber wir sind treue Abonnenten. Naja, wenn du weg... Ja gut, wenn... Ja gut. Das ist natürlich blöd. Wenn ich euch jetzt wegsprengen, könnt ihr ja gar nicht meine Videos gucken. Bitte habt Gnade. Ne, ich geb euch... Ich geb euch zehn Sekunden, dann könnt ihr laufen, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, Alter, ihr hättet laufen können. Ne, ihr müsst mich jetzt auch nicht alle so blöd angucken. Zündung! Oh Gott. Guckt euch nochmal dieses wunderschöne Dorf an. Es wird gleich alles... weg sein. Krass. Oh nein. Ist immer so traurig, wenn das TNT so heftig ist, dass der Computer nicht nachkommt. Guck mal hier. Hier ist so ein armes, kleines Chicken. Also Minecraft kann halt die Welt nicht so schnell abbauen oder so. Also die Map. Und dann liegen halt diese Entities hier noch irgendwie so rum. Guck mal hier die ganze Villager. Ja, hättet ihr mir mal meine... Ich hab euch zehn Sekunden Zeit gegeben. Gott, die Welt kann... Die Welt geht kaputt. Vor allen Dingen, das zündet auch so ganz nach oben. Oh, was ist jetzt? What? Alter! Junge! Plötzlich von einer auf die andere Sekunde die ganz gesamte Oberfläche hier. Komplett destroyed. Ich glaub, das ist auch heftig, wenn du das Ding irgendwie... Alter! Guck mal, so weit das Auge reicht Zerstörung. Das war krank. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die beste oder die krasseste ist. Weil wir haben ja noch diesen Weltenzerstörer. Hey! Aber dazu brauchen wir ein neues Dorf. Hallo! Guten Tag! Mal gucken. Oh, sieht schön aus bei euch. Also wär ja wirklich schade, wenn ich hier in TNT hochgehen würde. Oh, ein super Sunstorm TNT. Zündung! Oh, warte. Ich muss hoch. Junge, ich war noch erst ein paar Sekunden da. Ja, hier brennt's. Junge, ey, als ich mit Minecraft angefangen hab, ich sag euch, mein PC hätte das nicht überlebt. Also damals, als ich meine ersten Minecraft-Videos gemacht hab, da hatte ich, weil ich einfach nicht genügend Kohle hatte, hatte ich zwar meinen PC aufgerüstet, aber, Junge, Minecraft hatte ich, ich hatte, glaub ich, 30 FPS. Das kann man nämlich auch am besten sehen beim Varo 1 Finale von mir. Da hat es nämlich ingame geregnet. Vielleicht kann ich das hier nochmal kurz einblenden. Junge, und ihr seht einfach, wie meine Frames runtergegangen sind. Er kann sich nicht regnen, ne? Jedenfalls, den du triffst, den... Damage. Er ist tot. Echt? Jo. Und Valuten gewinnt Varo, Alter! Also, wie die Aufnahme halt nicht richtig knackig läuft. Für damalige Verhältnisse alles super. Die meisten haben in 30 FPS aufgenommen, aber man merkt's halt, wenn man's mit heute vergleicht. So! Guten Tag, äh, Mr. Bodyguard. Ich hab hier ein, äh, ein Buff-TNT. Keine Ahnung, was das überhaupt ist, aber ich zünd's einfach mal. Oh, die Kat... Oh, nee. Katze, tut mir leid! Warte, das ist... Das war das? Also, war jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Äh, komm! Dann lass uns doch lieber den Weltenzerstörer benutzen. Oh Gott, ey, da bin ich jetzt mal ges... Oh, nein. Boah! Alter, oh, oh, okay, jetzt geht's richtig los. Okay, das ist tatsächlich ein Weltenzerstörer. Geht's noch weiter? Hm? Oh Gott, oh! Oh, ja, es geht noch weiter. Ah, hier wird gleich... Alter, guck mal. Hä? Bodyguard, warum hast du ein Dia-Schwert? Oh, die... Alter! Oh Gott! Die Welt... Ja, der... Guck mal hier. Der macht immer noch weiter. Warum haben die alle Dia-Schwert? Alter! Dia-Schwert... What? Junge, was passiert hier? Hier fallen auch immer Blöcke vom Himmel. Seht ihr das? Boah! Und dann knallt's plötzlich wieder. Alter! Ich weiß, ich hab heute schon oft Alter gesagt. Aber das ist einfach nur krank. Guck mal, wie tief das auch schon geht. Jo, hä? Warte mal. Junge, wer bist du? Was ist das denn? Hallo? Das ist einfach ein Skelett. Ich kann dich einfach schlagen. Junge, woher kommst du? Warum hast du full Dia? Boah, krass. Ich weiß nicht mehr ansatzweise, wo hier das Dorf war, ne? Das hat einfach alles zerfetzt hier. Alter. Okay. Ja, Weltenzerstörer TNT hatte seinen Namen definitiv zurecht. So, wir müssen jetzt mal neu hier raushauen. So, das hier kann alles weg. Die haben wir alles schön ausprobiert. Und dann gehen wir jetzt hier weiter. Oh, es gibt auch noch den Ultra-Weltzerstörer. Oder Auflöser ist es ja einfach. Zack, Ice-TNT, Sub-Zero-TNT, Cosmic-TNT. This will wipe out everything. Only Bedrock shall remain. Okay. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Focused Lightning-TNT nehme ich auch nochmal. Oha. Guck mal hier richtig auf so einen Berg. Oh, das könnte eine gute Challenge sein. Weil wir müssten ja den kompletten Berg hier wegsprengen. Lass das mal machen. Wir nehmen den Ultra-Welt-Dissolver. Weil hier steht ja einfach ein fetter Berg. Ja. Oh, ich korrigiere. Hier stand ein fetter Berg. Na, kommt da noch was? Ja, weiß ich. 100 Pro, oder? Oh, ja. Alter. Hier wird gleich gar nichts. Also, wenn das schon... Das ist jetzt ja das... Das Ultra-Ding. Das wird noch weiter gehen. Der ganze... Ey, ich sag euch, der Berg... Oh. Das Haus steht noch. Als ob. Ist hier noch ein Villager drin? Hallo? Oh. Oh. Ich glaub, der ist... Der ist ungekippt, der Junge. Also, aber sein Haus steht immerhin noch. Ähm, es ruckelt. Oh. Ähm. Ja. Also, da stand mal ein Haus. So viel können wir, glaube ich, festhalten. Oh. Hier ist noch... Hier ist noch ein Stück von dem Haus. Also, das hat sich, glaube ich, hier in dem Berg... Hat sich das noch so ein bisschen reingefressen. Oh. Oh. Oh, es ruckelt wieder. Okay, das Haus ist weg. Guck mal, hier fliegen schon wieder diese Blöcke so runter. Junge, hier ist das Einzige, was hier noch übrig ist, ist wirklich so eine kleine Mondlandschaft. Mit riesigen Kratern. Oh, die Welt lädt auch nicht. Oh Gott, haben wir das Spiel zerstört? Nee. Oh. Ruckler. Noch mehr zerstört. Oh, Alter. Es sieht schon heftig aus. Kann man nicht anders sagen. Hier ist ein bisschen Lapis noch. Oh. Noch ein Ruckler. Krass. Junge, immer wenn es dann so leicht ruckelt, dann gibt es eine fette Explosion. Und zack, sind wieder Fragmente der Welt weg. Wir können mal nach oben fliegen. Nee, die Welt lädt immer noch nicht. Die Zerstörung ist... Ah, jo. Oh, die Zerstörung ist noch lange nicht vorbei. Guckt euch... Oh, wieder Ruckler. Noch mehr weg. Nee, hier ist die Sprenggrenze. Bis hierhin kam so dieser Detonation... Ei. Dieser Detonationsradius. Und wenn man dann hier hingeht, heftig. Alter, das ist schon sick. Das ist auch schon fast zu übertrieben. Also, man sieht halt wirklich kaum die Ränder. Wenn ich jetzt mal hier nach oben... Kann ich denn... Warte mal. Option. Grafik einstellen. Ich mach mal Sichtweite, baller ich hoch. Ich mach jetzt mal hier alles auf maximale Weite. Ja. Man hat eigentlich fast so ein richtiges Biom zerstört. Ey, ich weiß nicht mehr, wo das Dorf hier war. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das kann gut sein. Aber das sieht heftig aus. Wuii. Hi. Ah, guck mal. Hier ist alles wieder in Ordnung. Hier ist nichts zerstört. Wie, was zerstört? Nein. Nee, wie... Nee, ich hab nichts zerstört. Ich hab hier euch was mitgebracht. Was entspannt ist, glaub ich. Eis-TNT. Hier. Ich glaub, das verwandelt einfach alles in Eis. Ja. Ist doch... Ist doch entspannt. Warum ist das Hühnchen? Warum... Was ist da passiert? Und weil... Sub-Zero-TNT. Was passiert dann? Hilfe? Hilfe? Habt ihr die Katze gehört? Tut mir leid. Aber dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich das Cosmic-TNT zünde. Weil angeblich wird das alles... Was? Ja, genau, Junge. Was? Was ist das denn? Das ist ja völlig crazy. Das ist ja vollkommen krank. Dieses Cosmic-TNT hier hat einfach alles zerstört. Alles. Die komplette Welt. Das ist heftig. Junge, zieht euch das rein. Nix mehr da. Wirklich absolut gar nichts. Boah, und auch... Hört ihr diesen Sound? So diese Hintergrundmusik. Das war so diese... Kann ich denn hier... Gut, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Oh, warte. Hier geht es noch weit tiefer runter. Aber Focused Lightning TNT. Aber hier wird es ja... Hier wird es keine Zerstörung geben. Auch das High Explosive bringt, glaube ich, in dieser Welt nichts. Ah, doch. Das konnte das Bedrock noch zerstören. Warte mal. Wie tief... Können wir hier... Warte mal. Ah, krass. Okay. Man kann hier unter die Welt. Aber... Oh Gott. Junge, ist das gruselig. Oh, da sind wir wieder. Ei, ei, ei. Das war schon ein bisschen scary. Ich habe jetzt noch dieses Transformations-TNT. Oh. Oh. Okay, wir brauchen noch ein Dorf. Das... Ey, das in einem Dorf zünden. Hallo. Ey, Leute. Ich habe hier noch mal ein kleines Abschlussgeschenk für euch. Guck mal hier. Zack. Und... Oh, warte mal. Was ist, wenn ich... Nochmal eins hier drauf pack? Oh Gott, Junge. Okay, wir werden übertreiben. Also, wenn mein PC das überlebt... Alter. Okay, das ist... Das ist einfach nur krank. Ich werde das Ding zünden. Warte, ich mache hier in der Mitte. Oh Gott. Alter. Alles klar. Jungs, bringt euch in Sicherheit. Nein. Du musst aufpassen. Da ist doch TNT was. Ihn juckt gar nichts. Äh, oh. Ähm. Ich würde sagen... Leute, das war es mit einer weiteren Folge von... Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Ey, Leute. Das war es mit der Insane TNT Mod. Wir haben das komplette TNT ausprobiert. Wenn ihr weitere geile Mods kennt, die ich vielleicht mal ausprobieren sollte, schreibt sie in die Kommentare. Lasst ein Like, damit ihr Bock habt auf neue Folgen. Schaut wie immer natürlich gerne auf paluten.shop vorbei. Und ey, danke fürs Zusehen, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.